Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Wir haben damit aufgehört, dass wir hier zu der Vision gegangen sind. Wir sollen jetzt uns wieder erobern und den Palast zurückerobern und das wollen wir uns auch machen. Also, wir starten. Los geht's. Bin mal gespannt, ob das wieder so ein Racing-Ding oder so wird. Macht schon Spaß zur Abwechslung. Dann wollen wir mal was anderes machen. Oh, das war schneller gepackt. Haha. Aber, das ist mein Schiff. Haha. Geil immer wieder. Das übernehmen wir. Wir gehen den Landweg. Oh, wir, glaube ich, haben uns auch den allerersten Bossfeig jetzt hier. Okay. Sei wahr. Und denk an deine Ausbildung, Obi-Wan. Genau, läuft das jetzt ab? Alter, eh gedrückt. Was verwende, um Gegenstand zu bewegen? Zieh den mit. Ja, ich dachte. Ah, okay. Aber irgendwie. Nicht schwer zu ziehen. Ah, so geht das. Welcher Angriff von außen nehmen wir, wer ist hier in der Richtung außen und dann versuchen wir mit A oder D. Ah, okay. Das ist also schnell vorbei. Also gedrückt, um Angriff abzuwerden. Okay. Wow, 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 wow. Scheiße, 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 schneller, eh. Komm, 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 komm. Komm, du schaffst es. Oh, ja, schnell. Oh, warum tut denn das jetzt hier? Ruckel, mein Boss, kommt. Das ist ja flug. Wow, 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 wow. Weg. Komm, trifft. Wow. Okay, ein bisschen noch und dann hab ich es. Ja, verdammt, jetzt hat er mich wieder. Komm, 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 komm. Äh, und jetzt? Er läuft einfach weg. Ähm, haben wir hier Siegschwads. So sieht das aus, ne? Also, geh mal eben mal nach. Er entkommt. Wir haben Gesellschaft. Geil verziehen. Oh, nice. Das geht auch bei denen sehr gut. So wie es ihm Druck gemacht hat. Oh, nice. Komm. Oh, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Nein. Oh, jetzt spawnt er direkt vor mir. Komm jetzt. Komm jetzt. Schieß. Nice. Hm, eventuell muss ich mal ganz kurz... Was ist das? Eventuell werde ich mal ganz kurz OBS durchstarten. Wenn das OBS gerade ist. Aber vorher lief es nämlich die ganze Zeit flüssig. Ähm. Ich gebe mal ganz kurz eine Unterbrechung für euch. Mal ganz kurz. So, da da. Ich glaube, die Einstellung habe ich gefunden. Jetzt soll es wieder sauber laufen. Also. Weiter geht es mit dem Kampf. Ah, warte mal. Wie ging das? So. Und da mit dem linken. Machst du es zu klar aufschauen. Oh, zwei Druidika. Kann er sich selber nehmen werden? Ah, shit. Sterben ist jetzt ja nicht so schlimm. Gut. Gut. Was passiert hier nicht? Na, muss ich mal halten. Komm, gib mir nochmal. Und da hinten reinschicken. Die Musiker-Band. Mein Sinn. Bin einmal nach oben. Mehr Druiden, Meister. Ja, kein Problem. Rata, rata. Ah, komm, hau durch. Aber ich müsste singen. Bin nicht so stark. Ja, immerhin. Komm, die. So. Komm. Stirb. Stirb jetzt. So komisch manchmal. Ähm. Ich möchte mit dir wieder spielen. Oh, was zum. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Oh, scheiße. Das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, yes. Oh, das sollte so nicht sein. Oh, wow, wow, wow. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Nice. Oh, lass mich raten. Wir dürfen den Boden nicht verdünnen. Ah, da eine legendäre Raum. Okay, ähm. Okay, ähm. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Das ist ja easy. Ja, das wird jetzt die Base. Okay. Wow, da geht es jetzt mal voll aus. Ja, natürlich, wie immer. Gut. Das war schnell. Äh. Oh, da war der Gegner. Ach, jetzt komm schon. Hä? Was für ein Sprung. Das werde ich nicht schaffen. Wir müssen einen anderen Weg zu ihm finden. Oh, ich vermute. Wie ist es rüber da? Geil. Das werde ich eh angeben. Ach, das muss da rein. Okay. Ah, verstehe. Okay. Wow. Ach, ein Sniper. Das auch noch. Meinsen. Das sind wir wieder. Jetzt. Ah, okay. Also, das gleiche. Komm. Schwer hin. Ob es noch mal ein Perk gibt, dass es nicht mehr Schaden macht? Hey, bleib da. Nicht weg. Ah, ja. Da werden wir doch gleich einen verlieren, oder nicht? Ja. Wie haben sie das jetzt hier umgesetzt? Das Schilde sind äußerst gefährlich. Sei auf der Hut. Ja. Ja, natürlich. Dann werden wir sie von Hand öffnen. Alles muss man hier alleine machen. Nein. Kommst du mit? Ja. Ach, scheiße. Jetzt habe ich nicht aufpasst. Wieso braucht man überhaupt so einen Raum? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nein, Alter. Komm, wir werden dieses Hindernis überlegen. Äh, einmal rot. Ja, aber grün fällt jetzt. Geh ich schon grün? Äh? Kann ich das kaputt machen? Nee. Äh? Äh, weiß jetzt gerade nicht. Was ist, wenn ich das da oben mal reintue? Nö, das ist auch falsch. Oder muss ich da irgendwie den Strom ausmachen? Das ist, wenn ich... Moment mal. Und ich dich da jetzt wieder rein. Komm. Geh mal rein da. Geh rein. Komm. Das bringt wie nicht... Ah, jetzt ist das offen. Okay. Komm, rein da. Und... Ja, gut. Krieg dich auch raus. Das war halt. Relativ. Und? Geht das auch? Ja, super. Erhebe dein Lichtschwert, Obi-Wan. Der Kampf geht weiter. Komm. Gib doch mal mit. Oh, Mann. Nur ein bisschen. Er wird schwächer, Meister. Er wehrt sich auch gar nicht. Aber er sich jedes Mal an den Hintern greift. Hey, ich bin hinter dir. Effe, was habe ich denn jetzt da den Stern kriegen? Sie macht es mit uns. Wir werden siegen. Ah, jetzt. Hallerts. Go, 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 go. Ah, ich habe es noch gewusst. Oh, nein. Oh, nein. Obi-Wan, versprich. Versprich mir, dass du den Jungen ausbildest. Ja, Meister. Geil. Geil. Euer kleiner Aufstand ist beendet, euer Hort. Vizekönig. Die Zeit eurer Besatzung ist vorbei. Wie ist dein... Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Das klang irgendwie gerade voll weiblich. Könnte er nicht sein eigenes Schiff nehmen? Ja, ich bin ein Schiff. das freie spiel ja sehr gut war das jetzt echt war jede zu schnell klickt unter das fordung haben wir keine geschafft mini kids auch keine ok wir müssen zu anderen ja mich aber hier sind nach das versteckt mich sie brauchen eure hilfe hier drüben was los ach so okay das ist schon die hauptsache captain wir sie gehen so schnell wie wir sie können wir sie bemerken einige boomer fehlen vielleicht von wagen gefallen könnt ihr mich was diesmal fahren wir eine wachstattung muss bekommen müsste geben leckere schule wenn ich welche hätte ich stehe gerade voll auf dem schlaf müssen wir jetzt da hinterfütten oder wie okay also alles klar das war diese imp kugeln glaube ich ach du scheiße jetzt sehe ich es gerade 20 da gibt es noch ein paar mehr ok schauen wir mal hier jetzt gerade nicht ach da oben irgendwo sie hätte ja so nie sehen können wenn ich nicht nach oben schauen kann da hat es doch noch was na toll das kriege ich nicht auf und da hinten ok er ist jetzt da bringt mir das jetzt irgendwas ach da vorne ja warum zählst du das nicht ok aber der kreis ist jetzt weg ok aber wie kriege ich jetzt das auf ich bin so gut ich hätte einfach nur dagegen schießen müssen wir haben alle gefunden richtig gut jetzt wir sind bereit für kampf fertig zeit für wohlverdiente pause also mit der synchro weil ich noch nicht so ganz warm ganz ehrlich aber dafür der witz macht es mit was die dolch ja ist die große schlacht schlacht Was ich jetzt machen? Also, muss F aufsitzen? Ach so, ich muss da... Ah, okay, okay, okay. Ach so, das muss ich jetzt bei jedem machen, alles klar. Ich dachte, das wird irgendwie imposanter. Aber ich meinte, er ist doch mit dem Ball da nochmal irgendwo zugegangen, Gegner dagegen, oder? Ach nee, das war, glaube ich, mit der Zunge, wo er drangelegt hat und einen Schlag gekriegt hat. Ach so ein Kommando-Truide. Oh, was ist da, Mann? Kannst du kaputt gehen? Komm, ist es zu kaputt? Nein, schade. Äh, ja, Moment, ich helfe schon. Die dürfte aber auch mal schießen. Was haben wir denn die Armee hier? Ach, toll, ist da einer. Komm. Äh... Okay, einmal da noch hinten zuhören. Nein, bestimmt nicht. Äh, komm, schieß. Wo ist der andere? Da war gerade auch da. So, da war gerade auch da. Oh. Ah. Okay. Das ist krasses Katapult. Ich erhoff' nicht. Das zieht aber eh nicht aus mir vorher. Oh, jetzt kommt es bisher an mich. Oh, nice. Okay, krass. Oh, krass. Ich darf das selber. Wie krass ist das denn? Wie krass ist das geil gemacht? Okay, krass. Ist sehr krass. Okay, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie den Panzer kriegen. Sehr gut. Ja. Okay, und da hinten noch. Oh, no, no, no. Wecker nicht. Schild weg. Du kannst jetzt ein großes Kaffer. Wir müssen fangen. Niemals aufhängen. Hoppla. Nicht einfach. Geben auf, General Jar Jar. Wir sowas ausdenken. Henna. Milch, sie gib auf. Milch, sie gib auf. Milch, sie gib auf. Herr Zwo, schalt endlich den Autopiloten ab. Ganz toll, Herr Zwo. Da, da sind sie. Oh, ist das eine gute Idee, da jetzt reinfliegen? Okay, Level abgeschlossen, freies Spiel. Ist okay. Und? Ah, okay, wir werden nicht voll. Wäre auch so schön gewesen. Und nur eine Herausforderung. Und kein Minikit. Was? Ich hätte doch Charaktere kriegen können. Okay. Äh. Level stark. Ich habe jetzt sogar nicht mehr im Kopf, was jetzt kommt. im Cockpit bleiben, also tue ich das auch. Bravo Staffel, ging gerade. Oh, ich muss jetzt das Ding da vermutlich zerstören, oder? Oh, wie nice. Ja, es gibt Probleme. Halt nicht fest. Keine Sache. Was haben sollen, müssen wir die Signaltürme zerstören. Los, Herr Zwo. Schießen wir die Punkttürme ab. Oh, kann er mal beschleunigen und mal hier raus kurz. War zu bisschen ein Haufen Gegner jetzt hier. Diese Walzer Druiden schießen unsere Leute rein, weiße ab. Wir müssen etwas gegen sie tun. Hast du gehört, Herr Zwo? Sie brauchen Hilfe. Ähm. Okay, ich möchte nicht irgendwo dagegen kommen. Oh, nice. Es macht richtig Laune. Diese Geschütze sind zu gefährlich. Was? Diese Geschütze machen hier Platz. Macht er zu? Macht irgendwie was? Oh, no. Oh, scheiße. Okay. Ich möchte gerade wieder, wie es war. Oh, das ist klar. Oh, ich war noch nie so gut, wenn wir in so Weltraum-Fliegereien. Boah. Vor allem davon ist halt recht schnell die Orientierung. Also ich bewundere jeden, der das gut kann. Muss ich die abschießen? Okay, wieder retour. Hier unten. Das sind eher weise Ruiden als erwartet. Nehmen wir sie unter Beschuss. Jetzt muss ich den... Ach, da hat es noch was zu verrückt machen. Und jetzt nur die Flieger. Okay. Alle, alle. Das ist eine voll doofe Idee. Äh. Wo denn? Ach da. Hä? Hä? Ich hab einen von den Dinger gekriegt? Wie denn das? Ja. Ich versuch' ja zu stoppen. Ich versuch' ja zu stoppen. Oh, oh. Ich bin doch nur ein Kind. Die Energiekerne. Oh. Das ist gar nicht gut. Ah. So cool. So cool. Ah. Das Kontrollschiff der Droiden wurde zerstört. Die Knickner kaputt. Ah. 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 Ach, wenn Sie wissen. Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt sich auszubilden. Ah. 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 Ja, das war der erste Teil und die dunkle Bedrohung. Weiter gehen wird es mit den nächsten Teilen und ich glaube, ich spiele das schon noch weiter. Also rein schon der Witz in dem Spiel. Hammergeil. Die Abwechslung, wie sie es machen, ziemlich cool. Man macht halt immer das Gleiche. Mir gefällt es. Hat mich schon ein bisschen angefixt. Wenn ich jetzt mal da war, Redi. Ja, finally. Endlich einmal. Nochmal gut Geld. Okay, liebe Leute, dann bis zum nächsten Star Wars Abenteuer hier auf dem Kanal. Tschödle. Tschödle.